Reichen wir Mannheim. Ihre nächsten Fahrtmöglichkeiten ab Mannheim sind folgende. ICE nach München über Stuttgart, Ulm und Augsburg. Abfahrt 21.32 Uhr von Gleis 5. Wiederzug meldet zur Zeit leider 10 Minuten Verspätung. Des Weiteren haben sie Anschluss. Das sieht aus wie ein Sterloin stinkt. Try it in. Und Mannheim, Friedrichsfeld, Süd. Abfahrt 21.37 Uhr von Gleis 9. Regional Express nach Heilbronn über Mannheim Rangierbahnhof Heisberg und Eberbach 21.42 Uhr von Gleis 10b. Regionalbahn nach Mainz über Ludwigshafen Mitte, Frankenthal und Worm 21.44 Uhr von Gleis 1. Sowie zum ICE nach Saarbrücken über Neustadt an der Weinstraße, Kaiserslautern und Homburg an der Homburg Saar 21.48 Uhr von Gleis 2. Diese Zug meldet zur Zeit leider ca. 5 Minuten Verspätung. Wir fahren uns von allen Reisen bis nach Südland für Frankheim aus dem Wormsteigen. Vielen Dank für Reisen mit der Deutschen Bahn. Über Ihre bestandten Unannehmlichkeiten möchte ich mich nochmals bei Ihnen im Namen der Deutschen Bahn entschuldigen. wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. 10 Minuten delayed. Oh, mein Gott, das ist so schön, das ist so schön. Was hier denn? Die sont da, Glicke? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hier bästig? Oh mein Gott. Are you this? Oh mein Gott. Ich bin mit einem ganzen Mann in den ganzen Tangierasparen. Mein Gott. We would like to give it back to all passengers who leaving us, thank you for joining us Mr. Choban, we apologize for any inconvenience, goodbye.